Joa, die Daily mit meinem Onibre ist da. Ich muss vier Leute mit dem Demon Strike treffen und nebenbei mache ich noch einen By-Target-Licht-Try. Ich habe den Oni ja in letzter Zeit ziemlich hoch geplayt. Ich bin jetzt auf Prestige 3 mit ihm, weil ich wirklich voll feiere mit ihm zu spielen. Das Problemchen ist halt nur, dass ich nicht so gut mit ihm bin, muss ich leider sagen. Muss ich leider gestehen, ist leider ein Fact. Und trotzdem habe ich einfach übelst Fun mit ihm und werde auch viel mit ihm reinballern. Ich will besser werden mit ihm. Er ist momentan einer meiner Lieblingskiller. Und ja, dann respekten wir mal die Palera. Wo bist du hin? Wirst du die Paletta auch noch auf mich treten? Na, treten. Genau, so heißt es dort. Das Problem ist, ich wurde halt auf die Map geschickt und jeder Killer-Main weiß wahrscheinlich auch, was das heißt. Wenn man auf Gideon Meat plant oder APD geschickt wird, richtig, man spielt so asozial wie möglich. Weil das einfach eine Drecks-Map ist für so gut wie jeden Killer. Und ja, deshalb gibt es natürlich keine Barmen jetzt. Und ich habe halt keine Möglichkeit gegen jemanden, der pre-droppt. Und ja, was zu machen. Er wird halt jede Palette droppen, die möglich ist. Und das Problem auf Gideon Meat plant, also auf the game, ist halt nun mal, dass Paletten hier leider keine Seltenheit sind. Das ist leider so. Ja, das ist leider einer der größten Schmutz-Maps, die es gibt in diesem Spiel. Und ich hoffe jetzt, dass ich zu jemand anderem komme, der... Ja, aber was bringt dir das? Du bist eingesperrt. Ja, zwei Generatoren schon wieder haben. Sehr gut. Freut mich immer wieder auf the game zu spielen mit Oni, für den das die schlechteste Map ist. Ich wiederhole, die schlechteste Map für einen Oni bekomme ich natürlich. Ähm... Ja, ist klar, was machen wir. Ist cool. Ja, ich sehe tatsächlich den Spaßfaktor und meine Chancen nicht so gut gerade. Gar... Ja, man merkt, glaube ich, warum man hier auf jeden Fall nicht nett spielen sollte. Ja, das ist traurig. Traurig, dass ich wirklich jetzt Leute bekomme, die so spielen. Die wirklich so spielen. Das Ding ist, er wird droppen. Nicht? Er ist auch noch ein Pro? Hm, okay. Ich war mir so sicher, dass er droppen wird. Wow. Ja, aber jetzt, komm. Ja, er schafft es trotzdem dürft zu wollen. Ey, willst du mich verarschen? Ja, er hat es wirklich nicht gemacht. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ja, ähm, ich bin gerade ein bisschen ruhiger. Ja, ich glaube, ich muss gar nicht erklären, warum ich ein bisschen ruhiger bin. Es ist belastend. Also, wirklich, ich sehe den Titel schon vor mir. Bitte nehmt diese Map raus. Das ist der Titel, richtig deutsch. Ja, Map ist deutsch. Map ist deutsch. Sowas von. Ja, ähm, kein einziger Down. Äh, die schlechteste Map für Uni. Die nur möglich wäre. Und, äh, pures Leid. Ja, aber du hast auch noch Dead Hard. Müssen wir wirklich erzählen. Du hast noch... Haha. Natürlich hast du noch Dead Hard. Oh mein Gott, das ist so peinlich. Wirklich. Hätte ich vorher gewor... Oh. Ein Chen First Hook. Wirklich. Haha. Spaß, Leute. Spaß. Wirklich. Your fun is real. Your fun is doch real. Dann noch ein Flashy Girl. Hm. Ja, ähm, ich werde camp. Das wird heute mal ein bisschen eine Talk-Folge. Weil ich habe echt keinen Bock, euch jetzt zu belohnen für... Für fucking Game. Wirklich. Also, ich glaube, man merkt schon, dass ich nicht so gut zu sprechen bin auf diese Map. Vor allem als Uni halt. Als Uni ist das einfach nur das Belastendste, was es gibt. Komm. Ja, habe ich... Habe ich... Gefahr. Wo ist da vielleicht Leute zu Elf? Hm? Glück gelaufen, hm? Läuft nicht so, hm? Ja, camp ist halt der beste Weg jetzt noch für mich. Problem ist, hier ist auch noch wer. Nicht? Okay. Das zweite Problem ist, ihr werdet sie nicht anhocken. Bitte verpisst euch. Ich werde... Nein, ich werde bestimmt nicht... Die denken doch nicht wirklich, ich höre auf zu campen jetzt. Ja, letzter Chance ist gedann. Gedann. Einfach gedann. Ja, was wollt ihr von mir? Ich werde das auscampen. So viel wie nötig ist. Ja, habe ich. Ja, habe ich. Es wird Gunhawk. Ich zünde direkt. Ja. Habe ich gehettet. Habe ich. Geworried, chimed. Ähm. Habe ich da gerade was gesehen? Was wunderschönes. Oh mein Gott, sie weiß, wie man das outplayt. Sie weiß, wie man das outplayt. Okay. Geslucked. Gedead-hearted. Es ist so eine Fasche. Es ist so eine verfickte Fasche. Ich kann... Ich kann euch gerne alle damagen. Ja, dann nehme ich dich hier gefangen. Bleib hier. Ich zünde. Ja. Wie gesagt, habe ich ja jetzt ein grosses Problem schüren. Und das ist natürlich, dass ich shit bin mit diesem Killer. Ja. Das ist das Problem. Und dass ich hier auf jeden Fall wenig haben werde an Spaß. Wenn jetzt der FlashlightSafe kommt, ich bin so gebrochen. Okay. Ich habe den Keller. Ich habe den Keller. Ich habe den Keller. Ich will einen Kell. Mir ist so egal. Ich hole mir diesen einen Kell so hart wie nötig. Kommt doch. Wenn ihr mir nochmal meinen Power-Mode gebt. Ihr wisst, dass ich das auscampen werde. Ihr wisst es doch. Ich brauche nur noch ein bisschen, ein bisschen Blutkampf gibt. Ja, habe ich. Ähm, ihr könnt euch hochheilen, so viel ihr wollt. Ich werde euch hier... Nö. Ich werde euch hier nie. Dead Hard raus. Ist ja dann gut. Ein Dead Hard Cooldown jetzt. Ja, ein Kill. Mehr sehe ich halt trotzdem leider nicht. Ich werde meine Power nicht zünden. Ich werde es einfach zum Campen benutzen. Wie gesagt, ich sehe das jetzt echt nicht ein, hier noch einen Kill herzuschenken. Okay. Habe ich. Ja, ich habe jetzt zwei Hawks und die will ich jetzt nicht mehr wegkommen lassen. Ich hoffe, das versteht ihr leider. Ich werde zu wegbeleidigt. Ich werde deshalb zu wegbeleidigt. Ich habe das nicht gehittet. Ich habe das einfach nicht gehittet. Ich habe das einfach nicht gehittet. Ich habe das einfach nicht gehittet. Das ist so ein Betrug. Komm. Schenkt mir so viele Punkte, wie ihr wollt noch. Schenkt sie mir. Schenkt sie mir alle. Ey, ich muss durchgehen. Ich bin so konzentriert aufs Campen. Ich war noch nie so konzentriert aufs Campen in meinem Leben. Es juckt mich wirklich nicht. Komm. Sie ist nicht runter. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Lul. Ähm. Michaela. Wo ist sie denn? Okay, sie geht raus. Ist eine smarte Entscheidung. Ist smart von ihr. Schade, ich hätte gehofft, dass ich es noch bekomme. Aber ein Free K. Ah, ich weiß nicht, ob ich meinen Daily geschafft habe. Aber es ist mir so egal. Ich hoffe, das waren vier. Ja, aber es wäre auch egal, wenn es nur drei oder zwei Hits waren. Ich bin zufrieden. Oh mein Gott. Was? Was für eine Wendung das noch war. Das ist... Oh mein Gott. Ich will unbedingt den Chat gucken. Oh mein Gott. Wie funny. Wie funny. Oh. Ja, ich habe einen Daily sogar bekommen. Let's go. Oh. GG. GG. Hat wirklich Spaß gemacht, die Runde. Was ich sagen, hätte ich nicht erwartet. Oh. Die Perks. Ja. Ja, dreimal Dears. Dann dreimal Unbreakable. Ne, dreimal Dead Hard. Einmal Balanced Landing. Ach, ja. Ja, die Perks. Die Perks. Die Perks sind halt, ja. Ich freue mich wirklich aufs Balancing. Ich freue mich wirklich auf das Perk Balancing Update. Das ist, was ich sagen wollte. Danke für eure Aufmerksamkeit beim Zugucken. Ich muss jetzt leider so reden, weil ich mich sonst verraschwellen würde. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Und ciao Leute.